So, was haben wir? Wien-Hetzendorf, 20. Dezember 2020, wurde mal wieder randaliert in der angeblich lebenswertesten Stadt der Welt, in dem schönen Wien. Uh, und da haben sie natürlich ordentlich in den Dreck gemacht, was die M48 wieder wegräumen muss, was auch immer dann Fische sind, kann ich nicht sagen. Jedenfalls kunstvoll verziert, im Privateigentum und Gelb, ich habe das Ganze gemacht im 12. am Altmundsdorfer Anger. Die rebellierende Jugend lässt sich nicht einsperrt, zwei Mädels und zwei jungen Mähren, so schneiden die dort im Mähren-Dings noch den Tisch, auch nicht besonders schön, ja, aber so ist das halt. Alles anschmieren, in Wien. Vielen Dank.